Die Stadt Reutlingen möchte bis 2040 klimaneutral sein. Deshalb setzt auch sie sich dafür ein, dass Gebäude energieeffizient und nachhaltig gebaut oder gestaltet werden. Dazu gehört auch die Installation von Photovoltaikanlagen. Auf dem Rathausdach des Oskar-Kalbfell-Gebäudes gibt es seit vergangenem Jahr eine solche Anlage. Seit Dezember ist sie in Betrieb. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Reutlinger Rathauses wurde zwar im Dezember, also mitten im Winter, in Betrieb genommen, doch seitdem hat sie trotzdem rund 2500 Kilowattstunden Strom produziert. Im Jahr liefert sie ungefähr 72.000 Kilowattstunden Strom. Das entspricht etwa 20 Drei-Personen-Haushalten. Im Rathaus deckt sie nur einen Teil von den 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom ab, die im gesamten Areal jährlich verbraucht werden. Dennoch rechnet sich die Anlage, erklärt Mario Bitz, Leiter der Abteilung Gebäudemanagement. Durch den hohen Stromverbrauch im Rathaus haben wir einen sehr hohen Eigenverbrauch von bis zu 100 Prozent. Wir rechnen damit, dass es den städtischen Haushalt jährlich um ca. 17.000 Euro entlastet. Das führt natürlich auch dazu, dass die Anlage sich relativ schnell amortisiert. Wir sind aber um die fünf Jahre, dann ist der Invest für die Anlage zurückgeflossen. Durch die Anlage würden außerdem jährlich ca. 18 Tonnen CO2 eingespart, betont Oberbürgermeister Thomas Keck. Sie legt den Grundstein für den Ausbau weiterer solcher Anlagen. Angesichts der Haushaltslage sei man hierbei auf Partner angewiesen. Wir können keine riesigen Summen in die Hand nehmen. Deshalb sind wir auch natürlich offen für andere Partner, die, sage ich mal, flüssiger sind als die Stadt, zum Beispiel die ENA-Genossenschaft. Aber wir sind natürlich auch daran interessiert, aus eigener Kraft was zu machen. Für dieses Jahr sind zwei weitere Solaranlagen vorgesehen. Auf dem Kinder- und Familienzentrum Ringelbach soll eine Anlage entstehen, so wie auf dem Kita-Interim-Vittum.